Moin, mein Name ist Thomas Winter, ich bin Polospieler, ausgebildeter Polo-Instructor und seit mehr als 15 Jahren Leiter der Wind Polo-Schule in Hamburg. Ich bin mit Pferden aufgewachsen und das Polo-Spiel begleitet mich schon mein gesamtes Leben. Polo gilt zwar immer als Sportler-Königin, aber die Wind Polo-Schule macht es möglich, dass auch Sie die Leidenschaft in diesem Sport entdecken können. Polo vereint Ballsport, Tempo, Teamdenken und Taktik und das alles auf dem Rücken eines Pferdes. Um ein guter Polo-Spieler zu werden, ist es daher genauso wichtig, auch ein guter Reiter zu sein. Deswegen bieten wir in der Polo-Schule Programme nach ihren individuellen Ansprüchen, bei denen Sie entweder zunächst die Grundlagen erlernen oder gleich ins Spiel einsteigen können. Viele Menschen nehmen Polo immer nur als einen sehr extravaganten Sport wahr, mit dem eine Menge Leistzeit verbunden wird. Das ist Polo zwar auch, aber uns von der Polo-Schule ist es wichtig, dass man erkennt, was für ein unfassbarer Sport dahinter steckt und wie sehr man sich dafür begeistert kann. Wir sind ganz besonders daran interessiert, Sie an unserer Begeisterung für den Sport teilhaben zu lassen. Bei uns können Sie auf zehn bestens ausgebildete Schulpferde zurückgreifen und finden ganzjährig im Sommer auf unserem Rasenplatz oder im Winter in unserer großen Halle in Erstklassen die Trainingsbedingungen. Wenn Sie zu uns kommen, benötigen Sie als Polo-Ausstattung nicht etwa einen Anzug, sondern nicht mehr als einen Dienst. Eine komplette Ausrüstung mit Stiefeln, Helm, Stick und anderen Dingen bekommen Sie bei uns vor Ort geliehen oder aus dem Polo-Vorschlag. Die Polo-Schule legt größten Wert auf die taktische Schulung, damit Sie sich sicher auf dem Pferd bewegen können, wird Ihnen in den Trainingseinheiten eine fundierte Vorstellung von Mannschaftstaktik, den Polo-Regeln und vielfältigen Spielzügen vermittelt. Wir bieten als wöchentliche Trainingseinheiten Unterricht in der Gruppe oder privat. Es gibt Polo-Camps für Kids, Anfänger und Fortgeschrittene, welche dann auch an Chakern oder bei den großen Turnieren im Hamburger Polo-Club teilnehmen können. Zudem bieten wir Schulungen als Vorbereitung zum Turnierreife- bzw. Schiedsrichtertest des Deutschen Polo-Verbandes an. Wie Sie sehen, gehört, um bei uns mit dem Polo-Spiel anzufangen, nicht mehr dazu als eine große Portion Lust auf das Spiel. Jetzt liegt es an Ihnen. Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie!